On the first day of Christmas, my true love gave to me, a partridge in a pear tree. So, willkommen wieder hier im Ben Happy Adventskalender. Wir sind schon bei Tag 7 angenannt. Nummer 7. So, Türchen Nummer 7 steht drin. Ah, ist ein englischer Spruch dieses Mal. Happiness is by choice, not by chance. Und ja, sehe ich genauso. Es ist eine Entscheidung, glücklich zu sein und nicht eine Chance. Es gibt dir niemand die Chance, glücklich zu sein. Es ist deine eigene Entscheidung. Du kannst dich dazu entscheiden, glücklich zu sein und aufzuhören. Auf die negativen Sachen zu achten und mehr auf die positiven. Und aktiv dein Leben happier zu machen und glücklicher. Und wie das geht, zeige ich dir hier in dem Blog. Wenn du Fragen hast, frag sie einfach. Ich beantworte sie gerne. Und in dem Sinne, be happy. Ich bin happy. Ich bin happy. And a partridge in a pear tree. decay klar. Sie sind für diese거ode, bis ins Campion rausfließt.